Hallo, wir sind das Trio Intim. Das ist der Tim. Das ist der Tom. Und das ist die Ilona. Ja, wir sind ein Trio aus Münster, Jazz, Pop, Soul und sind im Galabereich tätig. Spielen für jeden Anlass. Anspruchsvolle Musik mit Klavier und zwei Stimmen. Und wir nutzen heute den Videoblog vom Reality Studio, um uns in der Bandstory vorzustellen. Und ihr hört auch ein bisschen schöne Musik im Hintergrund. Und wenn ihr Musik für eure Feier braucht, mietet uns. Besucht uns auf der Webseite www.intim-music.de Auch hier oben zu sehen. Einfach mal draufgehen, reinhören, reingucken und anrufen. Am besten. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung. Hi. Hallo. Das ist der Videoblog aus dem Reality Studio. Und das war gerade die erste Bandstory, die ihr hier gesehen habt. Richtig, denn ab jetzt gibt es jeden Monat, an jedem ersten Montag im Monat, eine Bandstory. Und so oder so ähnlich kann das dann aussehen. Richtet sich natürlich je nach eurem Musikgeschmack und so weiter, was ihr so macht. Also euch stehen da alle Ideen offen, was ihr so von euch zeigen wollt. Ja. Dann kommen wir zum Gewinnspiel. Die Gewinnerin der letzten Frage heißt Jacqueline. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst ein Wohnzimmerkonzert. Und die nächste Frage lautet... Ja, die nächste Frage für das nächste Quiz lautet... Wie heißt das Trio aus der heutigen Bandstory? Ja. Und was kriegt der Gewinner, Thomas? Der Gewinner, die Gewinnerin, bekommt wieder ein Wohnzimmerkonzert. Ach so. Und viel Glück. Ja, viel Glück dabei. Und bis nächste Woche. Tschüss.